Hier steht einer direkt vor mir, was ist das denn? Ich wurde schon weggedrängt am Start. Leute, meine Räder sind ja warm. Was ist denn das? Ich habe hier direkt ein Auto am Start neben mir. Was ist denn das, Alter? Ich muss jetzt mal zur Seite fahren. Das geht ja gut los. Alter, was für ein geiler Start von mir. Oh Gott, sorry. Ich sehe nichts. Junge. Oh Mann, Cinnamon. Ist da ja fett mit mir doch einer rein, ey. Du bist so ein Mongo, Alter. Das war nicht mal Absicht, Mann. Och Mann, du bist einfach nur ein Mongo ohne Ende, ey. Alter Schwede, erste Runde. Das kann nicht dein Ernst sein, Mann. Erste Kurve sogar. Mein Gott, ey. Ja, ist arm. Da kriege ich wieder so einen Hals, ne. Nein, ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Er ist hinter mir. Du schubst mich ein bisschen. Ja, was geht denn da ab, ey? Oh nein. Oh scheiße. Schön gedreht. Wer ist denn erster? Achso, der... Der nicht aus, was ihn angestopst hat. Ich wurde selber auch nochmal kurz angestopst. Lag da gerade irgendein Teil. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie unwichtig einfach mal die Pole Position ist, ey. Start, zieh, steht einer. Vielleicht auf der Seite. Weil gab es noch nie mal eine Strafe für, oder sowas, ne? Ne, ich habe keine Strafe für. Loll, ey. Weil es ja, wie gesagt, keine Absicht war. Erster Sektor ist gelbe Flagge, steht einer auf dem Straßenrand. Hier steht einer bei mir links. Bei mir steht er rechts. Ich glaube, der dritte Platz, dieser Ghost, dieser Ghost oder Ghost wie er hat, muss ich glaube ich eh eine Durchfahrtsstrafe machen, weil der ist nämlich gerade am Start total an mir vorbeigerasst. Aber laut Qualifying Runde müsste ich den eigentlich kriegen. Ja, wenn er eh eine Durchfahrtsstrafe haben sollte, weil es muss er definitiv haben, so wie der Typ abgegangen ist am Start. Also ich habe nur dich gesehen und ich habe gedacht, dass du jetzt erster bist. Ne, ne, ich war dritte. Wo ist der? Keine Ahnung. Du bist erster. Ja, ja, erster momentan bin ich hier. Ich glaube, der hat gerade einen Abgang gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, Mann, ey. In welchem Platz bist du gehofft? Wieso drehen ich hier schon wieder Fahrzeug? Zweiter. Hinter mir sind glaube ich welche, die gut fahren können. Das wird schon mal, das macht richtig Spaß gerade. Goose zumindest, der fährt gar nicht mal so schlecht. Kann dranbleiben. Vorne Verkehr. Oh, oh. Oh, Gott. Wie viele Spieler werden euch noch angezeigt? Bei mir sind es 17. 16. Alter, alleine das überrunden, ey. Das macht schon so Spaß. Warum denkt einer, bloß nicht weg... Ah, nein. Was hast du für eine Pussy, Doc? Hälfte. Ich habe mich halt jetzt, ich weiß nicht, wie liegt die dritte Runde. Äh, habe ich in jeder Runde mindestens ein oder zweimal weggedreht. Hättest du keinen Fehler gemacht, hättest du richtig Plätze gut gemacht. Was sich richtig viele verabschiedet haben. Ja, das ging ja schon am Start los, wo ich halt schon schräg stand und an einem vorbei musste, der direkt auf meine Position stand. Das war schon ein bisschen scheiße. Da kam ich zwar noch relativ gut weg, aber das hat mich auch schon zeitgekostet, muss ich sagen. Ja, und an manchen Stellen habe ich echte Probleme mit dem Anbremsen. Dann kommt das Auto so mit dem Heck. Alter, bist du am Lacken gerade? What the fuck? Ich hatte gerade auch ein 2-Sekunden-Standbild. Ja, 2 Sekunden glaube ich nicht, aber... Aber das wird das... Wie, du bremst zu früh, Alter? Oh Gott. Ja. In die Box schaden, okay. Oh Mann, Junge, ey. Ich habe gerade gedacht, ich habe dich berührt, aber nee. Was ist passiert? Gab es den Unfall, oder? Ey, er hat sich vor meinen Augen einfach weggedreht. Nach innen quasi. Schade, ey. Richtig schade. Das kommt von Herzen, Cinnamon. Ich drehe mich bergauf. Wie du mit dem Ding sliden kannst, Alter. What the fuck? Dynamisches Wetter wäre natürlich ziemlich cool. Ja, wenn es auch trocken wird, ne? Er wählt wahrscheinlich dann irgendwas aus und das bleibt dann auch so. Weiß ich nicht, ob wir das in Zukunft ändern sollten. Ich kann es nicht sagen. Oh, einer steht erst mal mit dem Gesicht zu mir. Auch nicht schlecht. Oh, ich meine, die ersten beiden Kurven ohne Dreher überlebt. Das ist schon mal ein Erfolg für mich. Bei uns sind nur noch zwölf Leute drin. Ey, gar nicht wahr. 15. Wir sind 16. Ja, wie gesagt, bei euch ist es immer... Ja, Drehe, ich hab schon wieder weg, Mann! Aber schon irgendwelche unfairen Aktionen gesehen, bis aufs Cinnamon? Nein, nicht direkt. Das war nicht mal unfair, das war nicht mal mit Ratsch. Ja, ist ein Urner, ich glaubte das ausnahmsweise mal. Jetzt sind es bei mir 15. Ich komm aber auch nicht weg von dem Typen, ey. Oh, das ist so nervig, ey. Du bremst an und dann geht's eigentlich ganz gut. Und sobald du die Bremse loslässt, dann kommt das Heck. Ah, ärgerlich. Bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, auf dieses Fahrverhalten. Und ich bremse da gar nicht mal so stark, ich bremse da nur schon leicht an. Äh, ich weiß nicht, ob der Bremsdruck zu hoch ist, mit 100. Ich glaub, ich hab 100 drin sogar. Scheiße, das wär vielleicht der Grund. Ja, bei Grid war das ganz gut, weil mit ABS, dann könntest du schön nach vorne machen. Ja gut, da gab's zwar keinen Bremsdruck, aber Bremsverteilung. Wow. Wow. Boah, das war zu langsam. Ja, dreh dich halt aus dem Nichts weg, du scheiß Karre. Ja, aber auch die Berundeten machen bislang Fährplatz. Boah, das ist doch nicht warm, Mann, verdammt. Ganz langsam da langgerollt und dann dreht er sich weg. Scheiße, Mann. Oh, ich hab grad viel Scheiße geworden, muss ich sagen. Aber der Gegner ist auch von Fehlern nicht verschont. Ja, dreh dich halt schon wieder weg, Mann. Ich hab mal keine Lust mehr, ey. Du machst nichts, nur die Kiste dreht sich. Das ist bergauf, Alter, okay. Wow. Ja, wie gesagt, das ist vielleicht das gleiche wie bei mir mit dem Bremsdruck. Wenn du die Bremse loslässt, musst du vielleicht langsamer loslassen. Also das ist zumindest bei mir das Gefühl, dass das der Grund ist. Also beim rausbeschleunigen hab ich nicht so die Probleme. Oh Mann, ein gutes Battle mit Goose. Und die Führung? Ja. Ich hab da ein bisschen verkackt. Aber man merkt schon, so langsam kommen wir beide in den Flow. so dass, ähm, ja, das Ganze ziemlich gut aussieht. Aber beide haben schon ihre Fehler gemacht. Ja, dreh dich halt schon wieder, Mann. Die gleiche Scheißkurve. So schlecht, Mann. Was habt ihr noch an Litern drinnen? Äh, noch 13. 28, weil ich ja in die Boxen möchte. NEIN! NEIN! Ich hab mich gedreht! Hättest du noch reinstellen können, ob du getankt werden möchtest oder nicht. Ja, keine Ahnung, wo das geht. Du hast ja krass keine Zeit, weil meine Boxen einfach, meine Box gleich ganz vorne ist. Was soll? Ich hab mich gedreht, Alter. Wollt ihr irgendwas lassen? NEIN! Was ist los denn, die? Verkackt? Ja. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja. Alter, nee. Nicht, dass das hier noch eine saubere Runde wird. Na? Das sieht ja ganz ordentlich aus mit der sauberen Runde. Die wird zwar nicht schnell, aber die wird sauber. Endlich mal. Oh, Scheiß. Hat ja auch lang genug gedauert. Oh, Scheiß. Hat ja auch lang genug gedauert. 3 Sekunden für den Leader. Try and close the gap and force a mistake. Nein. Jetzt hat er ja einen Fehler gemacht. Ich bin wieder Erster, Alter. Nice. Man legt ja vor der Reifen ist kalt. Ja, meiner auch. Geiles Rennen, Mann. Ich bin voll am schwitzen, Leute. Oh, Leute. Ich habe keine Hose an. Das wollte ich auch nochmal sagen. Nein! Lord Hose schlägt mir die zu. So. Jetzt sanft hier rumrollen. Und es klappt. Jawoll. Hier sanft herumrollen. Oh, das klappt halbwegs. So, die nächste kritische Stelle. Oh, f*** dich doch! Ich glaube, Andy wurde gerammt. Es wird immer nur auf zu grinsen. Ich grinse. Ich bin gerade hart konzentriert, Alter. Ich kann noch zwei Plätze gut machen. Ich dachte nur, weil Andy halt so hoch hier geschrien hat. Alter, Haarnadelkurve. Ich drehe mich weg. Ich klapp zusammen, ey. Ja! Dreh dich nochmal! Nee! Komm, Alter! Was soll das denn? Warum ist das denn passiert? Ich glaube, die Reifen bauen noch ab, ey. Kann gut sein. Bei mir ist das nur noch ein Reifen grün. Bei mir sind nur noch zwei. Normalerweise müssten die Reifen dann, äh... Zu heiß werden, ne? Ja. Gibt es irgendwo ne Anzeige über den Leibverschleiß eigentlich? Ja. Gibt es irgendwo ne Anzeige über den Leibverschleiß eigentlich? Ja, Telemetrie, ne, würde ich mal sagen. Ja, da ist doch nur die Temperatur. Sind da nicht nur ein paar andere? Ja, der Bodenabstand ist da noch angezeigt, ja. Und die Kraft, die drauf wirkt auf die Reifen. Das muss ich ja sagen, war bei F1 schon ganz hilfreich, dass du dann irgendwann gemerkt hast, okay, die Reifen bauen langsam ab, weil du es gesehen hast. Hier sieht man es momentan halt sehr schlecht, muss ich sagen. Wegen dem, wegen dem Wetter und dem Profil. Ähm. Falls überhaupt dargestellt wird. Ach ja, ich hab mich schon wieder gedreht, ey. Bei F1 hattest du ja noch so ne Anzeige dafür. Dass die Reifen irgendwie braun wurden oder was das war. Oh, scheiße, man. Na klar, realistischer ist es halt, wenn man es nicht hat, dann muss man halt nach Gefühl fahren. Pech. Scheiße, ey. Scheißspiel. Also Platz 9 sieht bei mir schon relativ sicher aus, ich hab grad den 10 überrundet. Oh, Mann, das ist so ärgerlich. You don't say. Ja, da ging ich schon weg. Boah. Der sagt mich gerade über 100. Ich weiß auch nicht, was bei mir grad los ist, aber irgendwie. Da hast du irgendwie Beschädigung oder die Reifen sind halt hinüber, also kalt oder kaputt. Nee, vorne und links nur kalt. Bei mir sind inzwischen alle vier kalt. Bei mir muss vorne die zwei. Ich bin ja schon langsam. Noch weniger Reifendruck losgefahren als vorher. Fuck. Ich lass mich in die Kurve reinrollen, er dreht sich wieder, Mann. Wie langsam soll ich noch an diese Scheiß-Hur in so ein Kurve reinfahren, Alter. Ja, drehe dich wieder, okay. So, ich hatte sich bloß Schalke mutter, der mir auch weggedreht hat, 80 Sekunden Abstand. Oh, ich hab'n Fahrwerksschaden. Oh, ich hab'n Fahrwerksschaden. Die Lenkung ist beeinträchtig. Aber meine Reifen sind jetzt wieder grün. Ja, ich drehe mich weg. Nein, ich bin Dritter, ey. Oh, wie tragisch, erst Dritter. Scheiße, ey. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Ja, man, der dreht sich schon wieder weg, Mann. Was ist denn das? Ich hab' irgendwie Sub-Performance verloren, ey. Das geht gar nicht. Es gibt so gar nicht, dass du keine Durchfahrtsstrafe hast, man ist. So wie er der am Start abgegangen ist, der muss doch eine Durchfahrtsstrafe kriegen. Ja, gut, das war jetzt mein Fehler. Ja. Allergegen Ende, alter Katastrophe, ey. Der ist locker eine knappe Sekunde eher als ich losgefahren. Ja, vielleicht musst du die auch erst mal abtreten, weißt du ja nicht. Vielleicht hebt er sich das auch auf bis zur letzten Runde oder so. Ja, ist er, er ist schon in der 11. Er hat mich ja gerade überrundet. Ja, und da kann er doch in den letzten ja rein. Ich wurde erst einmal vom ersten überrundet. Ja, er hat mich auch gerade einmal, jetzt gerade überrundet. Achso, stimmt, ich bin ja jetzt in der 10. Ja. Oh cool, ich drehe mich direkt am Ausgang in der Boxenrasse. Ey, was ist denn das jetzt mit den Rädern, Mann? Die sind warm, aber ich drehe mich nie. Oh, er hat mir Slicks aufgezogen, was ist denn das für eine Kacke? Boah, ne, ernsthaft, ne? Boah, ich komme hier nicht mal vom Fleck. Was soll denn die Scheiße? Alter. Einsteht fest, 24 Stunden rein mache ich definitiv nicht. Also kann er zum Gegenende hin, also ganz, ganz komisch. Über Reifenverschleiß, keine Ahnung, ob man den hier sehen kann. Aber wenn man es weiß, dann passt man sich entsprechend an. Aber... Ich drehe mich schon wieder aus der Grube. Was ist denn los, Mann? Wie langsam soll ich denn noch rein fahren? Ich komme nicht mal mehr aus dem Rasen raus. Weil die Räder nur noch durchdrehen. Ja, du komm hier rum, Alter. Oh, Alter, warum zieht mir dieses Scheißding denn Slicks auf? Ich hatte ja nicht mal Zeit, schnell genug zu reagieren. Um irgendwas zu machen, weil ich auch eine Box relativ weit vorne hatte. Ich drehe mich wegen jedem Scheiß. Ach, ist das bescheuert. Das muss man wahrscheinlich in der Boxenstrategie festlegen oder so. Ja, aber es war ja kein geplanter Stop. Das ist irgendwas Blöde. Dann soll er halt dieselben Reifen aufziehen, die man schon hat. Und Ende. Nein, er zieht mir Slicks auf, ungefragt. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, gut, bei mir ist es jetzt egal, weil mich das keine Position mehr kostet. Es ist trotzdem gescheuert. Kann nichts machen, Alter. Schalke-Bub will zu viel. Ich fahr vorsichtig. Schalke-Bub will zu viel. Kommt mir näher und er ist weg. Also ich fahr gerade rund noch aufs Safe, weil ich mich erst wegen jedem Scheiß drehen muss in der Kurve. Vielleicht hast du ja auch Slicks drauf. Nein, ich hab vorne Profil auf meinen Rädern. Oh, ich komm halt nicht mehr ausm Rasen. Hui, mechanischer Fehler. Schön. Wieso, hä? Das heißt? Ja, keine Ahnung, steht zumindest. Aber ich hab nen Lenkschaden. Ja, dann bist du irgendwo reingeballert. Ja, ja, bin ich auch. Oh, fahr doch raus hier, Mann. Ich stehe einen halben Meter vom Asphalt entfernt. Und ich komm nicht rauf. Oh, komm. Ich bin wieder aufm Asphalt, ja. Schön. Ja, würdest du mich jetzt überrunden oder nicht, Alter? Dann nicht, ey. Boah, das ist ja nicht mal wie Eis. Das ist noch schlimm, ey. Das ist Murmeln auf Eis mit Seife. Also, ich glaub, eher läuft auch der Countdown ab, als dass ich noch einmal irgendwo in die Box komm. Oh, so ein Scheiß, Alter. Ich mein, von den Fehlern, okay, das passiert halt. Na, aber zum Blödsinn jetzt mit den Reifen. Und ich glaub, ich hab auch schon wieder einen Fahrwerksschaden. Ja, dreh dich. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oh, was war der erste? 1,57? Alter, was ist das denn? Oh, ich gucke selber mal. Dann haben wir es hier auf Papier. Du hast eine 2.07, Doc. Ja, es war auch mal wirklich meine beste Runde, mir ging da einfach nicht. Ja, dann hat Guus halt jetzt... Soll er sich melden, wenn er gewertet werden will, falls er das überhaupt weiß. ich glaube nicht selbst wenn die Punkte würden dann trotzdem an ihn gehen also die kriegt er nicht den nächsten Nachrückende oder so das ist halt dann einfach so ne ne der dritte Platz ist also ich krieg da wahrscheinlich keine Ahnung 18 ne oder wie viel das der dritte wenn du dritter bist kriegst du 30 ach so ach ja stimmt ja ja wollte ich doppelt gehen ne ne hast recht dann komm ich nicht mehr weg Alter das kannst knicken das ist so ein Müll mit diesen Reifen wieso bin ich denn jetzt neunter und doch ist achter hä ich bin zweimal bei mir dran bei mir bist du sechster ich bin einmal sechster und einmal neunter ich bin bei mir achter und neunter ja müssen wir abwarten wie die Endplatzierung ist und dann mal gucken also aktuell wird mir auch achter angezeigt achter von neun ja du bist achter ich bin jetzt bin ich siebter hä du fahr doch es kann doch gar nicht sein dass ich jetzt auf einmal siebter bin ja warte doch erstmal ab ja ich komme nicht mehr weg die Reifen schon mal so wenig Drehzahl durchdrehen ja Rennwände danke das war scheiße aber auch großzahlen wegen dem Spiel ne wegen dem Wetter ne das Wetter war in Ordnung ich bin echt ich kann nicht ja guck mal mal die Zeit an ich bin 24 Minuten er ist 26 Minuten und er ist ein Platz vor mir was ist das denn er ist zwölf Runden gefahren du nur elf oh fuck ey nicht sogar nur neun scheiße das war erst mal das erste Rennen wir werden dann demnächst noch die Punkte zusammen basteln richtig so weit wir sie herstellen können also die Leute die jetzt raus sind die können wir natürlich nicht werten komm da her komm da her zufällig die sich was kann man denn alles einstellen Sturm, Regen klar zufällig festgelegt für echtes Wetter ist das vielleicht das ich hab keine Ahnung echtes Wetter ja könnte es sein machen wir das fürs nächste Mal Echtzeit Wetter verlauft mal zwei mal fünf mal ja ok werden wir sehen alles klar dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen fürs erste Rennen war actionreich aber auch ein bisschen deprimierend an gewissen Punkten ja aber ich denke mal das geht in Ordnung und ähm ja bis dann auf Wiedersehen